Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Legend. Oh, Moment. Lipp. So. Ich habe mein Samt gesammelt und nichts mehr Tolles entdeckt, leider. Aber jetzt können wir hier endlich weiterarbeiten. Und zwar, wie gesagt, bis wohin? Äh. Muss das Plattur sowieso noch erweitern, glaube ich. Das heißt, bis hierhin. Boah. Also hier, äh. Kommt in die nächste Säule 1. 1, 2, 3, 4, 5. In diese Richtung. Ach, Quatsch. Ich will reinkommen hier und dann. 1, 2 hoch. 1, 2. So. 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 Das passt doch perfekt mit den Bäumen hier. Nö? Ja, ganz wunderbar. So, so. Pflüpp. Dann, ähm. 1, 2 noch dazwischen. Oh. Upa. 1, 2, 3, 4, 5. Stufe. Stufe. 1, 2. Um den Baum. Um den Baum. Wunderbar. Halt. Hup. 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 Wunderbar. Sehr schön. So. Lars kam als erstes da unten zwischen. Wach. Ach ja, der Winkel. Oh, wie er es sind. Schwupp, schwupp. So, erstmal gucken. 1, 2, 3. Oh, komm schon. Und hier. Hallihöp. Wow. Dat lag. Tun denn. 1, 2, 3, 4. Zack. Oh, verdammt. Abgestürzt. Haha. So. 2, 3, 4, 5. Trebbe. Trebbe. 1, 2. Trebbe. 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 Hallo. So. Dann eben. Hopp. Natürlich, die Legs lassen es nicht zu. Nur denn, wenn halt nicht Pech gehabt. Äh, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Und Treppen zu Ende. Hatte ich nicht ein Ding erzielt? Nein, hab ich nicht. Scheißen Dreck. Habe ich nicht einen hingestellt? Ein Crafting Table. Yo. Das habe ich. Oh, so. Oh, wunderbar. 2, 3, 4, 5. 1, 2. Hopp. 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 Äh, so. Kann ich jetzt? Darf ich? Dürfte ich jetzt? Bitte? Nein, natürlich nicht. Oh, Gott. Hätte ich dieses System nur ausgedacht, ne? Also, das... Ne. Das macht keinen Sinn, aber naja. So. Hopp. Wo sind wir hier? Wo sind wir hier? Eins, zwei. Triple. 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 Sehr schön. So. Das läuft. Hier fehlt noch eins. Wunderbar. Zack, zack. Ah, da fehlt noch. Habe ich Dirt dabei. 2? Ganz dirt. Das reicht nicht, oder? Ah. Doch. Wunderbar. So. Das hätten wir. Jetzt muss ich glaube ich erstmal das Plateau ausbauen. Aber wofür machen wir das Ganze denn? Bis hier? Oh, ne? Also hier. Rad aus. So. Bis wohin? Bis dorthin. Ein weiter. So. Wunderbar. Wenn wir uns die Nachbarn angucken, hätte ich eigentlich viel, viel schneller bauen müssen, aber... Tja, hier ist es vorbei. Mit der Ausbreiterei würde ich sagen. Wir können da bauen, wo wir jetzt noch quasi unser Land markiert haben. Der Rest ist quasi schon besetzt unter uns, neben uns, überall ist es vorbei. Ja. Das ist leider ein bisschen schade, aber naja. Vor allem unter uns. Der Mr. Ali Bob hat sich schön unter unserem Haus komplett breit gemacht. Ja, ich habe keinen Platz mehr nach unten zu bauen. Das ist echt ärgerlich. Mann. Ich habe keinen Platz mehr nach unten zu machen. Nun denn. Deal-Visit, ne? So. Schöne Birkenallee. Also hier brauche ich noch den Sie, so ein bisschen hier. Nur nicht runterfallen hier. Oh Gott. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Trä-la, trä-la. So, passt, passt. Okay. Für Glas, zack. Oh, man braucht ja für Zweifelsuche eigentlich. Ja, zack. Ja, na, 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 na. Die Gründe des Legend sind unergründlich. Äh, die, die... Naja, die Wege des Legend halt. Ah. So. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Gehen bald die Bilder lecker aus. Aber ich brenne gerade sowieso Stein, also halb so wild. So. So. Ein bisschen Glas verteilen. Oh. So. So. Zwei, zwei, drei, vier, fünf. Ich los mich durch. Und da. Und da. Hopp. Und da. Die, hopp die. Zack die. Zack die. Okay. Nicht mehr viel. Aber passen hier perfekt rein. Das ist super. Ich brauche mehr Stein. Und weniger Leck. Aber das ist nun mal unmöglich, leider. Von daher lebt damit. Alles? Okay. Hä? Warum fehlt hier ein Kobbel? So. Das macht keinen Sinn. gibt's auf dem Server so krasse Tick-Lags, dass sogar ein ganzer Kohlebrennvorgang abgebrochen wird. Was ist denn das für ein Scheiß? Das ist der Wahnsinn. Krass. Also, ne? Seht ihr mal, es liegt nicht an mir. Also wenn sogar Brennvorgänge abgebrochen werden, liegt es nicht an mir. Oh Mann. Das hab ich auch nicht gesehen. So, ein paar Treppen noch bauen. Ich hab natürlich meine Kohle schön brav aufgeteilt, natürlich auch meine Stacks und so. Okay. Alle, hopp, wieder nach oben. Ich hab doch alle erst gegessen. Wow. Sogar das wird zurückgesetzt. Also langsam. Ich glaube, der Server stirbt. Hm. Irgendwas stirbt auf jeden Fall. Obwohl, das kann auch grad dann daran liegen, also zumindest das Essen jetzt gerade angeht, daran, dass ich grad auch noch hochlade. So, drei, vier, fünf. Das kann daran liegen. Aber das wird im Brennvorgang, das ist definitiv nicht kleintseitig. Also von daher... Ich nehme auf jeden Fall alles, was ich gesagt habe, über bessere, besseres Minecraft 1.8 vollkommen zurück. Definitiv. Das ist Quatsch. Alles genau so kacke wie vorher. Leider. Ich hatte Hoffnung. Und dann kam die Wahrheit ans Licht. Nun denn. Okay. Das war schon mal ganz gut soweit. Äh, jetzt ist die Frage... Glas. Wo kommst du hin am besten? Und wie mach ich's hier oben? Mach ich... Schade, dass es keine Glas-Slaps gibt. Das ist ein bisschen ärgerlich eigentlich. Ähm... Ha. Vielleicht mach ich trotzdem nur Slaps. Also Stone-Slaps. Beziehungsweise die. Ah, ich weiß nicht. Aber ich hab noch Kohle. Müsst, oder? Ah, noch ein bisschen. Äh, noch ein paar Schleilchen drin. Weg. So. Okay, okay. Hier noch. Und... So. Und... Äh... Und... So, ich glaub ich nehm die Stone-Slaps. Das Dach haben, dann haben wir das Dach haben. Und dann haben wir das auch schon mal geschafft. Dann... Fällt mir noch die Verglasung und dann ist die wunderschöne Kuppel fertig. Und dann... Ich find's nicht... Ich find's nicht geil aus. Ich denke, das wird richtig cool. So. Weg damit. Oh Gott, das ist so kurz. Oh Gott, das ist so kurz. So, das heißt hier oben, das Ding nehm ich wieder weg. Und hin. Tschüss. Kommt... Die Schlepp. Und auch nicht. Hallo? Oh Gott, das wird ein Chaos. Das wird, das wird zum Kotzen. Ich weiß nicht, komm. Geht es denn vielleicht so wenigstens irgendwie? Bitte. Oh Mann, oh, warum geht das denn nicht? Ey, was ist denn mit diesem Kacksalber los? Oh Gott! Das muss mir jetzt echt ein Kackgerüst für dieses gesamte Dach bauen? Och Mann ey, das ist doch zum Kotzen. Warum? Mann. Das ist so nervig. Hallo? Lass mich dieses Kackblock... Bitte. Was ist denn das? Ich geb's auf, ehrlich. Ich geb's auf. Oh Gott, gehen normale Kackblöcke wenigstens. Auch nicht. Was ist denn hier los? Was ist denn hier für eine Grenze? Ja, das zu Ende, das ist klar. Ich darf keine zwei Blöcke hintereinander bauen? Hä? This makes no sense, meine Freunde. Da Fug? Ernsthaft? Also, das soll mir bitte einer erklären, wie das zustande kommt. Also, also, ist mir auch damit passiert. Ich muss also erstmal ein Blockupdate machen, damit ich den nächsten Stein setzen darf? Was ist denn das für ein Kack? Das macht doch weniger als gar keinen Sinn. Oh Gott. War da. War da, war da, war da. Ne, also. Äh. Ja. Also, wenn jemand dafür eine logische Erklärung hat, bitte her damit. Das verstehe ich nun mal sowas von überhaupt gar nicht. Das ist ja meine Fresse. Ist das. Wow. Okay, aber das heißt, ich kann die anderen Dinger auf jeden Fall setzen. Das heißt, die können wieder raus. Okay. Immerhin, weiß ich jetzt, wie das System funktioniert. Ganz tolle Kiste, echt. Oh Gott. Meine Güte. Wie gesagt, die Wege des Legend-Servers sind unergründlich. Aber sowas von unergründlich. Warum Block-Updates zum Platz zu dürfen? Also. Was ist da nur passiert? Was ist da nur passiert? Okay. Ich gehe nochmal hier hoch. So, und jetzt können wir hier arbeiten. Hoffentlich. So. Dann. Also vorher einmal links anklicken für ein Block-Update. Und dann rechtsklick für Sätzen. Makes no sense, Freunde. Verrückte Sache, verrückte Sache. Nun denn. Obwohl ich könnte den eigentlich weglassen. Dann haben wir hier so eine coole, noch etwas rundlichere Kuppel. Jo. Können wir machen. Wunderbar. So, aber ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter damit. Und bis dahin. Ciao, ciao.